und heute spielen wir mal wieder wie ihr seht könnt eine runde op suchen wir haben ewig lange nicht mehr minecraft gespielt und ich würde sagen es wird einfach mal zeit wieder zu spielen wir haben in der letzten folge uns eine kiste gemacht und eine werkbank ja und war in der farm weht genau heute möchte ich ein haus bauen ja das gehört nicht mir ich weiß nicht von wem hier die ganze platz sind und ich weiß auch gar nicht wie ich mein haus bauen will das bräuchte mich es materialien ich würde sagen wir gehen einfach noch mal in die farben welt da werden wir uns jetzt auch länger aufhalten haben wir eins grüße jeden tag jeden freitag um 16 uhr achtung falsch an müssten wir auch mal reingehen aber wir gehen erst mal in die farm welt warum ist hier nicht eigentlich immer wieder gar nicht aber ich will aber nicht haben server während der farm welt wo es nicht regnet warum ist es ja eigentlich immer nach immer sagen wir sie sammeln hier erst mal ein bisschen ja machen wir den schneller danke sand auch für glas gebrauchen oder so was so 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 mal ist denke keine warum welt wo es mal sonne ist schon besser aber hier gibt es dieses holz nicht oder ist es das soll nee es ist anders habe ich doch gesagt aber hier ist doch was man was war das was dein lohn von 0,30 cent er mal 30 cent bräuja naja immerhin ist etwas drin wo ich so so offen damit hier sind nur steine und da ist das kupfer kupfer braucht kein mensch die 1.20.1 ist das die 1.20.1 ich hab kein blödes schwein hallo stehen bleiben warum habe ich kein essen mitgenommen ich bin ich blöde schwein bleiben sie stehen rennen sie nicht weg direkt der blöde kann ich mal reden egal so jetzt habe ich 20 cent erhalten wow noch weniger wie im richtigen leben sind das jetzt sind das jetzt richtigen bäume biete danke brauchen nämlich ganz viel holz ja das ist die heutige folge besteht aus mir also ein bisschen die dann die farmwelt hier rumlaufen man ja leute ich bin schon seit sechs uhr also lasse es ist sechs uhr seit fünf uhr meine ich lass mich bin in ruhe ich darf da ich müssten wir auch mal steine sammeln gehen dazu brauche ich erstmal hier eine gute sicht man habe ich eigentlich kein sound da läuft ein scharf oder irgend sowas kommen sie her mein essen mein essen mein es ja junge ich fall auch noch machen ganz unten natürlich hallo ich brauche nicht mal kurz erde danke machen wir dann geführt ein fleisch ein bisschen stein das macht mich sehr drei wie viel habe ich jetzt drei jahre 4 5 6 7 und 8 so aus kann ich eigentlich schon mal mal kurz machen man hallo danke so eine bergbank und dann machen wir einmal was wollte ich denn jetzt machen ja ein ofen genau so essen essen na wobei so essen und dann noch eine schaufel genau noch eine schaufel warte mal ich hab doch genau warum ich das mache ich denn holz sachen wenn ich hier stein habe wie dumm bin ich so ein bisschen stein sammeln so zack 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 stein pickaxe so zack hab kein stein mehr so dann zack ne axt so ein schwer so so und noch eine schaufel aber dazu bräuchte noch ein so perfekt dann machen wir jetzt noch die schaufel so 2 5 8 9 9 stein brauche ich 2 3 4 5 6 7 8 9 so weil dann kann ich hier noch mal kurz ich will nämlich noch mal dasselbe machen so stein so 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 und dann noch mal eine ab noch mal eine schaufel haben wir jetzt alles ja hallo eh nicht da oben so wenn du mich du kommst da rein und dann hat sich der lack dann würde ich sagen was das alles macht mit dem essen machen hier ja hier ist schon wieder zu wenig bergwand und schon mal ab jetzt wird es hier nacht ich gehe in eine andere farmwelt weil auf mobs habe ich jetzt absolut null bock weil die brauche ich nicht so so bist du mal fertig danke so ofen ich nehme dich mit hat er gerade eine arme nö hm ja es wird nacht ne ja gut egal noch kann ich hier bleiben so ich muss sie mal hoch das wäre nice jetzt hängt es perfekt okay jetzt bis nacht dann gehe ich in die farmwelt und zwar in die erste markung ob es jetzt da aufgedacht zu bringen nö dann gehe ich mal in die vierte aha ja natürlich ich gehe doch lieber in die fünfte warum haben wir eigentlich so viele farmwelten die schicks nicht hier ist man in der wüste ok aber hier kann man feinsand sammeln hallo haben sie doch den sand ein danke bis hin x haben den baum fällig oh das ist auch gut dies kann man auch immer gebrauchen warum wird es jetzt hier auch mal ok so ja ok leute wenn euch das video gefallen hat lasst mal gerne ein like, ein abo und kommentar da aktiviert auch die glocke damit ihr kein video mehr verpasst das würde mich sehr freuen ähm ja es wird einfach die benachrichtigungsplätze damit verpasst ihr auf jeden fall kein video mehr von mir und würde mich freuen wenn ihr ein like da lasst ja habt einen traumhaften tag heute hinter euer sando ciao ciao aus